Hallöchen, wir sind hier in Kastrop-Rauxel in einem wunderschönen verschneiten Kastrop. Das hier ist der Stadtgarten-Kastrop. Ja, was machen wir hier? Eigentlich Fotos und ein kleines Video-Tutorial, weil morgen habe ich ein Ice-Queen-Shooting, genau hier hoffe ich, Zenikon D610. Ich habe ein 50mm Objektiv drauf und ich habe hier ein paar Utensilien, die ich benutzen werde. Ich hatte jetzt kein Glasprisma, deswegen nehme ich das hier, irgendein Dekostein. Der funktioniert ähnlich. Ich habe hier Kunstschnee, das ist im Prinzip Watte und dann habe ich einmal diese Luftpolsterfolie und da habe ich ein Loch reingemacht und das kommt über die Linse. Und wie das Ganze aussieht, das seht ihr dann gleich. Eine kleine Sache möchte ich gerne noch sagen. Ich habe es gerade ausprobiert, mit diesem Dekokristall zu fotografieren. Theoretisch funktioniert das auch, es hat diesen holographischen Effekt, aber da wir keine Sonne haben, hat das irgendwie nicht so funktioniert. Keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Mir ist kalt, ich will nach Hause. Ganz genau. Ab nach Hause. Tschüss. Puck, 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 puck. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, und du kannst es halt sehen. Ah, ja, hast du es gar nicht scharf jetzt. Dann musst du einen Stift zurückziehen. Ich habe es annähernd scharf gehabt. Also ich sage, die Leute, die sich auskennen, die werden genau wissen, was gemeint ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, was geschieht hier? Ja, ich freue mich noch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.